Damit die wirtschaftliche Entwicklung in Lüneburg wieder richtig Fahrt aufnehmen kann, müssen unsere Unternehmen in ihrer Wirtschafts- und Innovationskraft gestärkt werden. Ich will Neuansiedlungen, Erweiterungen und Innovationen zur Chefsache machen und ich will die Start-up-Kultur in Lüneburg ausbauen und mit der Leuphana Universität Unternehmensneugründung forcieren. Warum nicht Lüneburg zum Mecker für Start-ups, zum Mecker für Start-ups der Nachhaltigkeit machen? Nachhaltigkeit ist ja ein riesen Zukunftsthema und ich will die Digitalisierung voranbringen, sowohl hier in den Gewerbegebieten, aber natürlich auch in privaten Haushalten und vor allem in unseren Schulen, damit Lüneburg zukunftssicher aufgestellt ist.